Ich mach gar nix, ne? Du machst gar nix, ne? Ganz klasse. Wenn wir uns mal nen Zug ausgucken... Glaubst du, hier könnte ein guter Landeplatz sein? Jo... Das hier fährt immer hin. Nein, ich mein den Zug, der da jetzt kommt. Ach du... Jo... Jo... Erster Treffer! Oh, hier sind andere. Ja, beiden. Pass auf, no. Nein. Ecke erledigt. Ich hab's doch mit Mama, ist alles gut. Guter Kill. Was noch dann? Er muss ja hier irgendwo noch sein, ne? Hier ist noch ne Rücken für dich. Hier ist dein Körperfeld. Du für zwei. Ja. Ja. Mit dazu. Gute. Ich bin nicht, ne? Ich bin nicht. Ich bin nicht, ne? Ich bin nicht, ne? Ich bin nicht, ne? Oh. Ich habe andere Lüge, die auch noch halten kann. X-Kid! Achtung, er gibt einen neuen Kild. Klare Felder auf. Achte auf den neuen Kild-Spitzenreiter, mein Freund. Halte meine Boden. Ich muss nur zusammenflicken. Hier ist noch die Doppelkacke. Oh ja. Ja bitte. Ich glaube, ich werde bei der Friedensstifter bleiben. Die Eva habe ich aufgesammelt. Ich bin es mit. Jetzt wäre nur noch eine bessere Wache als die Elden. Nein, da nicht. Ich habe noch keinen Helm. Nicht falsch. Legs! Kevin, bist du um irgendwo einen Helm? Hm, nein. Alter, wieviel Schaden hält denn das aus? Ja komm. Ähm. Da ist eine Drohne. Hier vielleicht noch was zu dich. Hä? Kann man ja nicht mehr nehmen. Ich habe eine Drohne vorbei. Wir kommen gleich zu Besuch. Hey, lass mal zu Kevin gehen. Wo ist der denn? Ich brauche halt noch einen fucking Helm, Alter. Ohne Helm bin ich... Äh. Ja, ich bin gerade an einem vorbeigelaufen. Wie bist du im Platz? Da kommt ein Kehrpaket. Na, du geh mal da rein, oder? Ich geh mal da kurz rein. Ich brauche einen Helm. Ohne Helm bräuchte ich gar nicht weiter gehen. Ich brauche gar nicht weiter gehen, ey. Wollt da rett einer? Ja, da brauche ich nicht weiter gehen, ey. Ja, da brauche ich nicht weiter gehen. Ein Kopfschuss und ich bin weg. Nein, nicht eine ganz zwei. hier ist da oben kevin hier ist noch ein lila schild für euch wo ist einer hier bei mir ist da kommt auch noch einer der ist mir entgegen gehören wir haben noch ein anderes gut ich denke das war der komplette squad der letzte typ ist einfach umgefallen sieht aus als wäre nur die er hat sich mit soviel künftig kein erweitertes Magazin in dem Bordel und die Ding in dem und den Warnungen 3er Schild nur einer wie leichte Moni und Schwer- und Energiemoni das habe ich leider nicht ich kann ja schwere geben ja aber nicht mehr Energiemoni da habe ich keine ich hätte wirklich gern mal noch einen Weißen und Leibniz Hier ist eine Schildbatterie. Mich hat einer geschneidert von dem. Was? Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Von dem? Ja hier im Tunnel. Von dem? Ja hier im Tunnel. Da. Ich gönne meinen Schilden. Entsende meinen Köder. Beis am Boden. Ey, 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 ey. Was ist denn hier los? Das war einer. Hier ist ein schweres Magazin. Hier ist ein Energie-Magazin. Du hast das Energie-Magazin gefunden. Stufe 3. Da brauch ich. Repariere. 30 Sekunden. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Ich hatte noch einen Truppoladen. Ich bräuchte auch den Choke. Wär auch sehr geil. Oh, hier hat er alle bei. Jawoll. Junge, Alter. Ich küsse deine Eiche. Ne, lass mal. So, ich nehm den Sip. Der Ring bewegt sich, Freunde. So, ich hab auch nicht gesagt, dass es deine Eiche ist. Ich hab gesagt, von denen küsse ich die Eiche. Da kommt ein. Lade meine Schild auf. Hier war doch jemand. Er ist hier aus. Oh, da ballern sie. Er ist hier geschossen. Mhm. Dann lass uns mal rein. Sneaken, wa? Ich rufe die Kraft der Natur. Da war gut. Gegner gesichtet. Rechts ist im Haus auch noch. Da kommt noch ein zweites Code. Rechts ist im Haus. Jemand muss den neuen Kill Spitzenleiter ausschalten. Was für ein Angeber. Ja, pass auf. Aber von der Seite kommen auch noch andere. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das hab ich gesehen. Oh. Geht schon rein. Glaub ich, oder? Ja. Nein, hier, hier, hier. Fuck. Voll. Da kommt noch einer. Jawoll. Ich bin so tot. Da kommt noch einer. Komm, habt ihr, habt ihr. Kevin, jawoll. Get smart. Let's go. Ich weiß gar nicht, wo ich in dieser Runde nur fünf Skills geholt habe. Ohne Witz, ey. Das ist... Booy. Es leben noch 13 Leute. Ah, fünf Spots. Also. Oh, ja. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. So, man holt euch schnell die Tassen voll und dann müssen wir mal los. Mal löst, ja. Mal löst. Jetzt. Na. mal löst, ja. Da. Ja. Ähm. So. Ach so, Leute. Der ring ist nicht mehr weit. Wir haben noch 30 Sekunden. warte mal ich brauche ich bin mein goldenes visier wiederum hat das jemand von euch wie sollte das getauscht alter ich weiß nicht warum hat er das getauscht alter wir müssen los ja eine sekunde ich wollte irgendwo hochsippen ich hab ja nicht lange schießen ja da hinten wollen wir hier hochsippen erstmal aufs dach und dann wollen wir irgendwo rüber dritten er lässt er hier umsippen da wie gut womit nun ob doch mal ich bin meiner das mit diesem weg und wo er um um Da hinten kommen Kerr-Pakete. Ja, dann können wir auch hier gleich rüber. Da drüben wird gekämpft. Das eine war ein Lifeline-Pakete dahinten. Das wurde aktiviert. Unter uns. Noch ein Dach hier. Da ist ja noch einer. Der ist runter. Hier sind welche. Wir sind wohl sie. Hier, hier, komm. Hier, 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 hier noch. Hier ist noch eine. Jawohl. Einer von denen hat ein goldenes Schild. Da kommen noch welche. Heißt du, du musst runter. Das ist ein Teil. Da ist ja auch runter. Ich komm mit. Hier ist noch einer. Ja, da. Der ist weg. Einer ist tot. Ich komm zu dir. Deine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Stark gemacht. Du bist der Killspitzenreiter. Ja, du bist wunderbar. Sechs Stück hat das. Da, wir sind hier. Da ist einer. Genau hier. Lass mich neu zusammenflicken. Sekunde. Schlittergranate unterwegs. Schlittergranate unterwegs. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Zur Heilung. Ach, Mann. Das war aber nicht so gut. David, halb ich das mal gewissen. Hier rennt noch wer. Über unten glaub ich. Ja, der müsste da noch sein. Ja, der müsste da noch sein. Ich hab Mutter auf dem Dach. Ist hier noch Granaten? Hier ist ein Kraber. Ja, die sind ganz oben, wa? Schlittergranate unterwegs. Ja. Ja, ich hab einen getroffen. Noch eine Minute. Der Ring ist den Nenning. Schlittergranate unterwegs. Schlittergranate unterwegs. Schlittergranate unterwegs. Schlittergranate unterwegs. Schlittergranate unterwegs. Die sind nicht ganz oben. 45 Sekunden. Der Ring ist nicht weit weg. So mag ich das. Warum bei den Sprungtonen? Hier komm, lass das Stammfeld hier nehmen. Bis drüber. Der ist abgehauen. Und? Ja, rüber in die Zone. Noch 30 Sekunden. Die Sicherheit ist nur einem Fallschluss entfernt. Lass in das Haus hier gehen. Also ein Octane ist auf jeden Fall. Die waren hier. Die waren hier kurz vor kurzer Zeit. Die rennen hier. Da sind Spuren. Nein, da sind sie. Ich hab einen gesichtet. Hier ist auch noch einer. Hier sind Spuren. Ja, ich hab einen. Ja, ich hab einen. Und die Holy Shit. Alter. Das ist eine Runde. Wozu? Alter Schwede. Wozu? Das ist eine Runde. Das ist eine Runde. Das ist eine Runde. Ja, alles dort. Da!